Der Aufverkehr, ich bin jetzt wieder wieder auf dem Aufverkehr im Wolfsburg-Vorussmann-Centrum. Das ist so. Als nächstes auf einmal eine Tür steuert. Und auf einmal schließt sich die Tür wieder. Und nach oben fahre ins Erdgeschoss. Der Aufzug der Direktür hat gerade eine Tür. Aber die Tür schließt sich nicht gut schließen. Und das war's.